Wir müssen uns noch mit der Frage beschäftigen, in welcher Reihenfolge eigentlich Objekte in einer Nutzungsschnittstelle auftauchen sollten. Sprich, was packe ich eigentlich zusammen oder in welche Abfolge der Objekte sollte ich eigentlich etwas bringen. Diese Abfolgefrage hat viel mit Konventionen zu tun, zum Beispiel bei einer Adresse. Das werden wir auch im nächsten Video noch sehen. Da gibt es typische Konventionen, also der Vorname vor dem Nachnamen. Zumindest im deutschsprachigen Bereich ist das so. Das hängt natürlich auch häufig wiederum mit kulturellen Konventionen zusammen. Aber nehmen wir mal den Kulturkreis und sowas gegeben hin, dann ist bei einer Adresse die Abfolge der Dinge klar. Vorname, Nachname, dann kommt die Straße, dann kommt Postleitzahl und Ort. Das wird nicht durcheinander angegeben. Diese Reihenfolge, die bildet man dann auch räumlich ab. Man erzählt eine Adresse so und man schreibt eine Adresse auch so auf. Okay, das ist was, was mit Konventionen viel zu tun hat. Es ist aber nicht nur eine Frage der Konventionen, in welchen Reihenfolgen und Abfolgen man etwas auf dem Bildschirm unterbringen sollte, sondern es gibt häufig auch in der Aufgabe inhärente Reihenfolgen, die also zwangsläufig oder zumindest sagen wir mal sehr häufig in einer speziellen Abfolge abgearbeitet werden. Schauen wir uns das nochmal an, an dem Beispiel von dem Parkautomaten, den ihr ja schon kennt. Der ist ja vor ein, zwei Videos erst dran gewesen, können auch drei gewesen sein, dieser Parkautomat hier in Paderborn. Und jetzt gucken wir uns nicht an, wie die Zuordnung von Beschriftungen und Buttons ist, sondern wir schauen uns mal die Reihenfolge an, in der mit diesem Automaten üblicherweise gearbeitet werden muss, wenn man also einen Parkschein haben möchte. Und dann stellt man fest, auch das ist sehr durcheinander. Schauen wir uns mal an, wie die Reihenfolge ist. Dies ist jetzt mal die Annahme, dass wir das mit der EC-Karte machen und daher diese Knöpfe da benutzen. Wir müssen uns erst entscheiden, ob wir ein Tagesticket wollen oder nicht. Dann müssen wir oben eine Karte reinstecken und dann können wir entweder, wenn wir ein Tagesticket haben, ist das dann schon fertig oder wir müssen dann mit diesen Knöpfen jeweils einstellen, wie lange wir denn eigentlich parken wollen. Da müssen wir ständig hin und her gucken zwischen den Knöpfen und dem kleinen Display da oben, denn da steht dann ja drin, wie lang die Parkzeit ist, die wir ausgewählt haben. Dann geht es wieder runter auf dem Ganzen zu dem grünen Knopf, der hier mit zwei beschriftet ist, also Parkschein anfordern und dann geht es nach links rüber, da kommt der Parkschein heraus. Das ist auch wieder mal so quer rüber, überall auf diesem Parkschein-Automaten. Warum ist das so? Muss das so sein? Naja, es wird auch hier wieder damit zusammenhängen, dass bestimmte Funktionseinheiten wahrscheinlich irgendwo intern zusammenhängen und man da nicht so ganz drum herum kommt. Das blenden wir mal an dieser Stelle aus und überlegen mal, wie denn eine solche Abfolge eigentlich sinnvoller sein kann. Und naja, es ist eigentlich sehr einfach möglich zu sagen, in der Reihenfolge, in der ich die Dinge üblicherweise abarbeite, die ja hier auch schon definiert ist, nämlich auf dieser Erläuterung, die geht ja genau von oben nach unten, in dieser Reihenfolge mache ich auch das User-Interface. Und ich habe das mal hier recht einfach, einfach durch Ausschneiden der Elemente und Umsortieren gemacht. Schaut euch mal erstmal das obere an. Das ist genau dieser Dreischritt hier. Ich muss mich als erstes entscheiden, ob ich eine Tageskarte haben möchte. Wenn ich die nicht haben möchte, dann mache ich auf dem nächsten Bereich weiter. Den habe ich hier mit Bezahlen beschriftet. Und da kann ich halt die Karte reinstecken und reinstecken, wie viel ich eigentlich haben möchte. Und beim dritten mache ich dann eine Anforderung des Parkscheins. Das untere ist etwas, was daraus entstanden ist, dass mir mal ein Student erzählt hat, der offensichtlich da auch häufiger parkt als ich oder diesen Automaten zumindest häufiger benutzt als ich, dass er gesagt hat, man braucht eigentlich den Knopf Tageskarte gar nicht. Man kann auch einfach mit den anderen Knöpfen dort so häufig da drauf drücken, bis man den Geldbetrag für die Tageskarte erreicht hat. Und dann kriegt man automatisch die Tageskarte. Man kann also nicht mehr bezahlen als die Tageskarte. Man kommt also über 6 Euro in diesem Falle nicht hinaus. Ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Preis ist. Was bedeutet das für uns? Naja gut, wir könnten jetzt sagen, wir lassen den Knopf Tageskarte einfach weg und sagen, man soll doch stattdessen zwölfmal auf 50 Cent mehr drücken. Das ist jetzt im Rahmen von Reduzierung erzwungener Sequentialität nicht wirklich sinnvoll. Wir haben über Eingaben noch nicht gesprochen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss sein kann, den Leuten zu sagen, statt einmal drücken, drückt doch zwölfmal. Aber man könnte natürlich den Tageskartenknopf einfach mit an dieser Stelle unterbringen und hätte dann irgendwo diesen besonders abgesetzten Bereich eigentlich sich gespart. Ob man das jetzt nun so oder so gestalten möchte, das sei an dieser Stelle mal hingestellt. Jedenfalls sieht man gut, dass eine Abfolge der Elemente hier räumlich dargestellt werden kann. Ich zeige euch das nochmal an einer anderen Stelle von einem System, was ihr nicht mehr kennen werdet, was ein paar eurer studentischen Vorgänger kennengelernt haben. Das ist das System Koala. Das ist der Vorgänger des Panda-Systems, was wir heute an der Uni Paderborn ja nutzen. Panda ist Moodle für alle, die vielleicht von außerhalb sich das hier mal angucken sollten. Also das System Moodle, über das man ja Inhalte verteilen kann oder auch Rückmeldemöglichkeiten anbieten kann. Das heißt bei uns an der Uni Paderborn Panda. Und vorher hatten wir hier ein System, das wurde selbst entwickelt. Das hieß Koala, Koaktive Lern- und Arbeitsumgebung. Und dieses System Koala hatte eine Prüfungsverwaltung. Panda hat das auch, aber die von Koala ist hier, die ich euch mal zeigen möchte. Und ihr seht auch, die Gestaltung mit diesen Icons, die ist durchaus auch nicht perfekt. Und vor allen Dingen würde man das heute auch nicht mehr so gestalten. Das ist ein bisschen altmodisch. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Sondern was ich hier sagen möchte ist, wir haben hier auch so eine Abfolge, so eine räumliche Abfolge gemacht und haben einfach gesagt, wir haben Phasen. Wir haben die Phase vor der Prüfung, die Phase für die Prüfung, die Phase für die Prüfung, die Phase nach der Korrektur und die Phase nach der Prüfung. Und darin haben wir gruppiert. Wir haben also all diese Dinge jeweils darin zusammengefasst und haben aber dann diese Gruppen, diese Phasen also, in genau dieser Reihenfolge, was ja die zeitliche Abfolge ist, ja eingebaut. Man kann gegen diese Reihenfolge verstoßen. Das heißt, das User Interface gibt das nicht irgendwie vor, dass ich zwangsweise nur in einer bestimmten Reihenfolge was machen kann. Teilweise schon, weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Aber nicht allgemein. Also man kann schon auch Bonusnoten noch importieren, nachdem man schon mal nach der Prüfung auf so einen Link geklickt hat oder sowas. Das ist alles möglich. Aber die typische Reihenfolge, die ist in User Interface ausgedrückt. Was wir hier haben, ist eine Abbildung der typischen Abarbeitungsreihenfolge auf eine Anordnung. Und das sind genau die Arten von Abbildungen, auf die ich hinaus möchte, die, wenn man das kann, sich eigentlich anbieten zu tun. Das ist häufig eine bessere Variante als eine, sagen wir mal, Gruppierung nach Datenklassen. Das heißt, dass ich jetzt zum Beispiel quer durch alles immer die Räume gruppiere oder alles, was Noten ist, gruppiere oder sowas. Das mag vielleicht für denjenigen, der die Datenhaltung im Backend verwaltet, sinnvoll sein. Aber es ist nicht die Reihenfolge, in der in der Nutzung damit gearbeitet wird. Es empfiehlt sich also, die zu analysieren und entsprechend das User Interface dann auch zu gestalten, also eine solche Abbildung zu machen. Ein interessanter Aspekt, sagen wir mal, ein, wenn man so will, generischer Fall des Ganzen, ist das Beachten der Leserichtung in Hinsicht auf Reihenfolgen oder Weiterschalten und solche Dinge. Was meine ich damit? Schaut euch mal dieses hier an. Das ist ein Ausschnitt aus einem Formular der Fachschaft, in dem man sich anmelden kann für die Veranstaltungskritik. Das war zumindest vor ein paar Jahren war das Formular noch so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob noch genau das gleiche Formular so verwendet wird. Was hatte ich für ein Problem damit? Ich wollte das hier eintragen im Jahr 2017, wollte ich also die Veranstaltungskritik anmelden und das Problem war, ich habe einfach den Button nicht gefunden, um das jetzt abzuschicken, um diese Daten jetzt abzuschicken, um zum nächsten Schritt zu kommen. Wo ist der Button denn geblieben? Der Button ist da. Der Button ist unten links über dem Schriftzug Didaktik der Informatik und im Strich, schaut mal da, ist weiter zum Datenüberprüfen. Warum habe ich den Button nicht gesehen? Das hat einige Gründe. Einer davon ist, der ist viel zu nah dran an diesem umrahmenden Feld. Über Umrahmung haben wir ja sowieso schon gesprochen, aber daran ist er auf jeden Fall zu nah. Man nimmt das irgendwie als eher zugehörig und gar nicht als eigenes Objekt wahr. Diese vielen Linien hier, die lenken ab. Es wäre besser, man würde sie ganz weglassen oder eine Stapelungstechnik verwenden oder mehr Abstände verwenden. Aber auf jeden Fall sind diese Linien nicht wirklich hilfreich. Sie sorgen gerade dafür, dass man vor lauter Linie den Button nicht mehr sieht. Und darum soll es jetzt mal hier gehen. Der Button ist da unten links auch an der falschen Stelle angebracht. Denn die Leserichtung und diese Kopplung von Reihenfolgen auf örtliche Ausrichtungen geben eigentlich her, dass ein Weiter, ein zum nächsten Schritt immer unten rechts hingehört. Das gibt schon die Leserichtung so her. Ich fange oben links an und höre unten rechts auf. Üblicherweise werden auch Formulare unten unterschrieben. Deswegen heißt es Unterschrift. Und häufig passiert das Ganze unten rechts. Denn dann ist irgendwie klar, alles was davor ist, das ist das, worauf sich diese Unterschrift jetzt eigentlich bezieht. Also wenn man den Button nach rechts packen würde, das würde wahrscheinlich alleine schon geholfen haben, um ihn zu erkennen. Wenn man sich daran nicht hält, dann kann das zu ganz komischen Fehlbedienungen führen. Und ich zeige euch eine, die mir wirklich häufig unterlaufen ist. Nämlich, dass an der Stelle, an der ich aufgrund dieser Regel irgendwie von oben links nach unten rechts, das ist die Reihenfolge, in der abgearbeitet wird, dass dagegen verstoßen wird und an der Stelle dann etwas anderes untergebracht wird. Und ich habe hier einen Screenshot, oder einen tatsächlichen Screenshot, weil ich an dieser Stelle einfach den Bildschirm eines iPads fotografiert habe. Und was hier zu sehen ist, erscheint häufig, nachdem man irgendwie ein Betriebssystem-Update gemacht hat, dann muss man sich neu anmelden mit seiner Apple-ID. Und das ist jetzt hier auch gemacht. Und was passiert mir regelmäßig? Ich gebe hier das Passwort ein und drücke dann auf Überspringen. Denn diese Reihenfolge von oben links nach unten rechts gibt an, an diese Stelle gehört das Weiterschalten. Und an dieser Stelle ist aber nicht das Weiterschalten. Beziehungsweise, man könnte es geschickt machen und könnte sagen, solange man da noch kein Passwort eingegeben hat, würde da Überspringen stehen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man da ein Passwort eingegeben hat, ergibt es viel mehr Sinn, dass das Weiter dort steht. Das Weiter ist natürlich da. Es ist oben rechts. Aber naja, da kann es ja auch sein, wenn man sagt, ich möchte zurück und weiter so eine globale Navigation immer oben haben. Aber an dieser Stelle gehört auf jeden Fall der Schritt auf die nächste Seite und nicht ein reines Überspringen. Ich habe noch einen Aspekt, der mit Abbildungen zu tun hat und zwar auf einem Designkonflikt basiert. Nämlich dem Designkonflikt, dass ich ja das Problem habe, dass wenn ich solche Abbildungen von Reihenfolgen oder von zeitlichen Abfolgen, in diesem Falle wird es eine Reihenfolge gleich sein, auf eine räumliche Anordnung mache, dass das natürlich Platz in Anspruch nehmen kann. Und ihr wisst, Platz ist immer ein Problem. Und dadurch kommen wir immer in Designkonflikte, zum Beispiel zur Übersichtlichkeit oder auch zur Erkennbarkeit. Also da haben wir immer Designkonflikte, die da eine Rolle spielen. Und ja, wenn ich das habe, dann kann es zu einem Problem führen, dass ich nicht mehr alles unterbekomme. Und dann muss ich mir irgendwas ausdenken, um, naja, dieses Problem zu lösen. Also ich kann dann nicht mehr sagen, ich bilde zum Beispiel einfach mal alles auf eine Reihe von Dingen ab, sondern muss vielleicht sagen, ich teile das in zwei Bereiche auf. Und genau das ist passiert, aber schlecht. Nämlich hier. Hier seht ihr ein Foto vom Panel des Fahrstuhls im Gebäude F an der Fürstenallee. Und was seht ihr da? Ihr seht Schaltflächen. Und ja, was ist das da? Wir haben da 1, 2, U, 0. Und gut, unten ist dann die Sache mit dem Klingel und Türaufzug. Okay, es gibt hier mehrere Probleme. Unter anderem, dass der Alarm nicht genügend abgesetzt ist von dem Türaufzug. Das heißt, wenn man irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, grobschlechtig unterwegs ist, nicht so richtig aufpasst, dann kann das schon mal passieren, dass man da drauf drückt. Gut, das soll jetzt aber gar nicht so das Problem sein, sondern irgendwie erschließt sich diese Reihenfolge nicht. 1, 2, Untergeschoss, 0, also Erdgeschoss, 1, 2, Untergeschoss, Erdgeschoss. In der Reihenfolge sind doch wohl die Stockwerke nicht da. 1, Untergeschoss, 2, Obergeschoss. Auch nicht. Wie kommt es zu dieser komischen Reihenfolge hier eigentlich? Das Problem, was wir hier haben, ist, die Systematik hier hinter ist absolut nicht sichtbar. Es gibt eine Systematik, die hier hinter steckt, die dem gerade erläuterten Konflikt, den ich habe, abhelfen kann. Nämlich, dass es ja schon problematisch sein kann, alle Knöpfe einfach in einer Reihe unterzubringen. Hier wäre das aber kein Problem. Bei vier Stockwerken würde eine Reihe, so oder auch so, nun wirklich kein Problem darstellen. Aber die Systematik, die hier hinter steckt, ist eigentlich nicht für solch kleine Gebäude, sondern für viel größere Gebäude mit viel mehr Stockwerken. Nehmen wir mal jetzt hier an sechs oder sogar noch viel mehr. Und da wäre es natürlich schon doof, wenn ich anfange und würde irgendwie, was weiß ich, zwölf Stockwerksknöpfe so anbringen oder so. Das kann dann schon problematisch sein. Und um das irgendwie in der Übersichtlichkeit zu behalten, aber gleichzeitig so eine Abbildung der Reihenfolgen natürlich zu erhalten, alles andere wäre schon komisch, wenn man die einfach durcheinander anbringen würde. Deswegen hat man sich entschlossen und hat man diese Systematik gewählt, zu sagen, wir trennen die Ungeraden und die Geraden voneinander. Und dann hat man bei der Gelegenheit noch gesagt, gut, das Untergeschoss und das Erdgeschoss, die bringen wir noch mit unter, erklären 0 einfach mal zur geraden Zahl, was ja auch eine gewisse Logik hat, und sagen, das Untergeschoss ist dann entsprechend bei ungerade mit dabei. Und dann passt das ja alles so schön hintereinander. Das ist eine gute Lösung dieses Designkonfliktes, wenn er überhaupt auftritt. Das Problem ist, bei dem Beispiel auf der linken Seite tritt der Designkonflikt gar nicht auf. Das heißt, ich löse einen Konflikt, den es gar nicht gibt. Und wenn ich das mache, wenn ich zu solchen Lösungen von Konflikten komme, die es nicht gibt, dann kann es gut sein, oder sagen wir mal so, bestenfalls macht die Lösung nichts. Bestenfalls ist die Lösung, sagen wir mal, vergebliche Liebesmüh von Seiten der Gestalter. In diesem Fall aber sorgt sie sogar dafür, dass es unverständlicher wird als vorher. Denn ich kann diese Systematik, die hier zugrunde liegt, mir überhaupt nicht erschließen aus diesen wenigen Hinweisen, die ich an dieser Stelle habe. Das also nochmal als Hinweis darauf, Lösungen, Gestaltungslösungen sind oft Ergebnisse von Designkonflikten, also Austarierungen von Designkonflikten, und die hängen vom Kontext ab. Das heißt, man muss den Designkonflikt analysieren, ob er hier überhaupt auftritt und wie er eigentlich überhaupt auftritt. Und wenn er nicht auftritt, dann hat auch die Lösung für sich genommen überhaupt gar keinen Wert. Soviel zu diesem Thema der Anordnungen, der Abbildungen von Abfolgen und Reihenfolgen auf Anordnungen. Und in einem letzten Video in dieser Reihe geht es jetzt weiter mit einem zusammenfassenden Beispiel. Auf Wiedersehen.